Ey, Nico, ich hab heute einen getroffen. Krasser Typ, ey. Wieso? Wie sieht der aus? Einfach Hammer. Stell dir vor, du verliebst dich. Dennis, Mann, du bist es einfach. Unsterblich. Ich liebe dich. Und ich dich, Kimi. Es ist so schön mit dir. Mann, ey. Und dann entdeckst du, dass deine große Liebe auf der falschen Seite steht. Scheiße, Mann. Mich haben gestein so ein paar Angst verprügelt. Richtig auf die Fresse. So Nazi-Typen, weißt du? Oder vielleicht du. Dein Leben für dein Vaterland. Nationaler Widerstand. Lass dich doch erstmal durchchecken. Ja, ich weiß, ich hab ne Macke. Aber das mit dir, das ist halt... Kim, das ist vorbei. Aber wenn du dein Leben änderst... Ey, du, ich mach das nicht mehr, Dennis. Ich will dich nicht verlieren. Nie wieder. Mann, ich liebe dich. Du Idiot. Wenn du dich für deine Liebe entscheidest... Wir machen dich fertig, okay? Dich und deine Scheißzecke. ...wird sich die ganze Welt gegen dich stellen. Kim hier hat sich mit ner Zecke eingelassen. Und Nicole hat sie gedeckt. Und du, Kim, wirst heute Abend beweisen, dass du einer von uns bist. Oder ich... Ich bring dich um. Ey, Kim, was machst du hier? Mal hau ab, du Nazi-Schlampe. Ratten und Scheiße, ja? Aber Asylbewerber wollt ihr in unser schönes Land lassen? Ich verbitte mir so einen Schwachsinn an meinem Tisch. Raus! Ey, wir steppen raus. Alter, erst fickst du diesen Idioten... Und jetzt verteidigst du auch noch diese Araber-Schlampe. Was würdest du tun? Scheiß. Dennis. Du? Kim! Was spätst du? Was machst du denn hier? Was soll das? Kim! Dennis und Kim. Eine Audio-Polit-Novela über Liebe und Nazis. Sag mal, bist du rechts oder was? Problem? Dennis und Kim. Eine Audio-Novela unterstützt durch die Bundeszentrale für politische Bildung. Lausanne, dort ist eine Supportive Plage.